In diesem Beitrag präsentiere ich Ihnen das Einlesen von Fremddaten in SOLIDWORKS. Mit SOLIDWORKS können Sie nicht nur SOLIDWORKS 2D und 3D-Dateien selber konstruktiv erstellen, sondern auch Daten aus anderen Systemen problemlos einlesen. SOLIDWORKS hat alle wichtigen Schnittstellen zu anderen Dateiformaten wie DXF, IGES oder STEP direkt in der Menüleiste zur Verfügung. Im Pull-Down-Menü von SOLIDWORKS unter Datei können Sie Dateien selber neu erstellen oder direkt öffnen. Unten rechts haben Sie hier die Möglichkeit, den Dateitypen direkt einzustellen. Die ersten Dateitypen sind ganz klar SOLIDWORKS-Dateien für Teile, Baugruppen oder auch Zeichnungen. Danach haben Sie Schnittstellen für 2D-Dateien wie DXF und DWG, für Adobe, PSD-Dateien, für z.B. Parasolid, IGES oder STEP-Dateien, STL-Grafiken können geöffnet werden, CATIA-CGR-Dateien, ProE, UniGraphics, Inventor, Solid Edge und so weiter. Um Dateien in anderen CAD-Systemen problemlos austauschen zu können, nutzt man sehr oft das STEP- oder IGES-Format. Wenn Sie nun eine IGES-Datei bekommen, stellen Sie den Dateityp auf IGES um und haben unter Optionen Möglichkeiten festzulegen, wie Dateien eingelesen werden sollen und was beim Einlesen direkt passieren soll. Es sollen eingelesen werden Oberflächen und Volumenkörper und es soll vom System versucht werden, einen Volumenkörper zu erstellen, Oberflächen zusammenfügen oder ob eine Importdiagnose automatisch durchgeführt werden soll. Ich wähle nun also IGES und klicke meine IGES-Datei direkt an und wähle Öffnen. Nun geht der Dateiimport in SOLIDWORKS vonstatten und Sie sehen, die Elemente werden verarbeitet. Eine Importdiagnose wird durchgeführt und das System fragt mich, ob es eine Importdiagnose an diesem Bauteil ausführen soll. Ich deaktiviere das Ganze erstmal mit NEIN und schauen wir uns die eingelesene Datei an. Die Datei kommt aus einem anderen System und ist im Moment, weil wir Flächenlücken oder fehlende Flächen haben, kein Volumenkörper, sondern ein reiner Oberflächenkörper. Um mit SOLIDWORKS, SOLIDCAM, diese Dateien später frästechnisch besser bearbeiten zu kommen, macht es Sinn, aus dieser Datei einen Volumenkörper zu erstellen. Mit der rechten Maustaste haben Sie Möglichkeiten, eine Importdiagnose nachträglich durchzuführen. Ich werde das Ganze jetzt einmal machen und das System zeigt mir schon eine fehlerhafte Fläche und eine Lücke an. In dieser Lücke wird komplett eine Fläche fehlen und mit dieser Fläche ist irgendwas nicht in Ordnung, was man so auf den ersten Blick nicht direkt feststellen kann, aber wir haben die Möglichkeit, über die SOLIDWORKS-Importschnittstelle versuchen, dieses alles automatisch zu korrigieren. Also wähle ich Versuch, alles zu korrigieren und das System untersucht jetzt das Modell, versucht die Lücke zu schließen und die Fläche zu reparieren. Ich bestätige mit OK und Sie sehen, wir haben nun keinen Oberflächenkörper mehr, sondern einen geschlossenen Volumenkörper. Dieser geschlossene Volumenkörper kann nun sehr schnell und einfach mit SOLIDWORKS SOLIDCAM-Funktionen frästechnisch bearbeitet werden. Es ist nun ein geschlossener Volumenkörper und ist daher mit einem Mausklick direkt mit SOLIDCAM anzuklicken. Was Sie feststellen werden ist, wir haben im Gegensatz zu SOLIDWORKS-Dateien bei importierten Dateien einen einzigen Volumenkörper oder mehrere Oberflächen. Ich habe nun natürlich die Möglichkeit, dieses Bauteil zu verändern, indem ich SOLIDWORKS Skizzen und Features hinzufüge, aber der Grundkörper an sich ist ein geschlossener Volumenkörper und kann nicht mehr über Skizzen und Features wie SOLIDWORKS-Dateien verändert werden. Ich habe natürlich die Möglichkeit, zum Beispiel einen Durchbruch nachträglich hinzuzufügen, indem ich eine Skizze auf einer Fläche erstelle, das Ganze bemaße mit einem Durchmesser, sagen wir von 15 mm, den Kreis positioniere zur Außenkante und zu dieser Außenkante ebenso und dann über Features, linearen Schnitt, mir einen Durchbruch durch alles direkt an diesem Bauteil erstelle. Genauso kann ich schon vorhandene Geometrien im Volumenkörper schließen, indem ich auf eine Bohrung, in diesem Falle möchte ich mal diese Bohrung schließe, einfach eine Skizze erstelle, Skizentyp Kreis wähle, ich bekomme eine Vorschau des schon vorhandenen Mittelpunktes, lege meinen Kreis direkt an die Körperkante und kann jetzt über Features, linearen Aufsatz, das Ganze schließen, entweder in die eine oder andere Richtung und Sie sehen, die Bohrung wird so geschlossen. Sie sehen also, auch Fremddaten können Sie sehr schnell und einfach mit SolidWorks einlesen, editieren und dann später mit SolidCAM weiterverarbeiten.